C GBA ist so bei dem Schwuch ich kann es werden und sie haben größte ob es sein haben wir auch noch was die GBA ist und so schnell für Kretel Krone aber in Zeitlupe oder ein Mann überholst es ist ein also das ist es schnell also da war so langsam mal ich bin auf ihn drauf gespürt ich kenne Frauen wie er sich zu dürfen nein also bis zu sie sieht immer aus dass es schwanger als es ist nur schwanger Rolf springt der Erdbeben es ist in der GBA-Version auch so aus keine Ahnung ich spiele mit der zweiten Phase und Liga Ende Ende SLS-Version ist es so das um wenn er kann ich weiß dass er das an die Köln jetzt kommen und da ist es ein Absatz gesucht wird die GBA-Version wir kennen uns alles so lange kennen es ist sterbe wegen der Kindes in Geld ist die Spiele erzählt es dann wenn die Stelle kommt nicht bei der KZ vor allem bei der ja bei der KZ SNS-Version aber ich glaube ich macht auch kein großen Unterschied ob es bleibt der Person ist bei GBA-Version ist die Post etwas verändert worden ein Video von Eiterbeule bei der KZ warm in den Gesicht okay der springt jetzt aber die Effekte sind etwas anders hier weiter grafik immer gar nicht so schützt sich dazu auf die Welt wird viel schlechter als die erste nächste Saison die Grafik ist viel besser war ja auch die deswegen will ich mich jetzt nicht so beschweren ja schmeißen aber noch nicht Dombieck hat er denkt er ist die Konkurrenz war ja auch für das SNS sehr verdammt gute Grafik ich hab's geliebt das ist ein Atmosphäre und wenn wir mal machen wird dann guckst du es einfach nur die abgestellten die zwei Jahre wettet er war und er hat das stand aber nicht mehr Alter du Missgeburt weil da ist der Donkey Kong, Donkey Kong, Funky Kong, alle möglichen Riss detailliert da kennt man doch komplett und Cranky, Funky, Candy Winkly Rambi, Donkey Kong also das ist richtig geil gemacht das war die Gegner und Mario Neymar und die Glänke ist natürlich auch Mare gibt es sehr gut ausrottet aus und sie hat es gibt ja auch nicht so viele Moves Mare wird machen Springen und Drehsprung wenn da noch von Yoshi abspringen aber ich glaub das will jetzt nicht als Moves zählen ja Stamper Tacko wurde dann bei Mario Boss wie obwohl die Stamper Tacko gab schon bei Mario Boss DS und bei Mario für ein Fest ist schon du was ja da gab's ich oh, Junge, Junge, Junge das war nicht die Städte Bordtunst das Fettmann das Fettmann verteidigt die Fressen Leute das ist der Grunde der Flieger als Kanzlitz das ist der Grunde der Flieger er will die Flieger veröffentlicht auf die Fresse Stell dir vor, der fliegt so und landet so und dann das Schiff geht unter Titanic. Okay, jetzt ist er, bis Sieg zu Ende. Credits. Credits. Coding. Claptrap. Charakterist. Crusher. Kolla. Alter, nicht so schnell, ich bin Türke. Concept, klar. Commander. King K. Tienz. Und dann hat ein Topoling gesagt, das ist ein... Oh, du Nigga! Was springst du auf mich drauf? An der Stelle hat ein Terbeule gesagt, ich werde es werden und back, es geht gar nicht, es ist mal gibt, es gibt noch mal, was? Nein. Der Gefängte gerade, der Gefängte gerade, beide Hefte an, lol. Aber dessen ist es überhaupt nicht so. Loller ist sie, die Bärwissen, vielleicht die Gehaltung, oder? Da hat ein Terbeule gesagt, das ist ein Back. Er ist ein Betrüger. Ja, das hat gesagt, Trago-Pläche, ein Betrüger. Du weißt, das erste Spiel, nur 201% durchgespielt, das hat so eine Million prozentig gespielt. Das weiß es nur ein Back ist, man kann nur einmal gehen. Leute kriegst du ein Foto, die Gehalt. Hey. Und Riesenbanane. Hey, wo bleibt Cranky, der kann immer, wenn ich ne Back... Hey, du hässliches Kind! Du, endlich, King K. wohl besiegt. Das ist Cranky King. Ich bin Cranky King! Ich hätt ihn mit einer Hand besiegt, in 5 Sekunden! Aber was du gemacht hast, war eigentlich auch in Ordnung. Auch wenn du 5 Millionen Mal gestorben bist. Und jetzt verpiss dich von meiner Banane, Mann! Ich bin Cranky King! Ich krieg alle Weiber und ich bin der Gangster, Mainster, Langster, Tankster, du Nutze! Das fiese Pack! Cranky King! Cranky King! Cranky King! Es sind so viele, viele vollgeschissenen Quitter! Ich hab' ne 1,5,5! Ich hab' ne 1,5,5! Ich hab' ne 1,5,5! Ich hab' ne 1,5,5! Knurr, 10,5! Knurr, 10,5! Boah, es sind zwei verschiedene! Crusher! Einmal schwarz und einmal blau! Einmal schwarz und einmal blau! Einmal schwarz, aber weiß, wer ist wohl besser! Wär's wohl besser! Einmal blau! Klapp. Einmal blau! Einmal blau! Wär's wohl besser! Also diese Grusel, ist viel was immer bei Nacht so aktiv wird, oder? Ich hab' ne 1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,5,5,5,5,5,5,5. aber ich bin ein Titel also diesen jährigen ich erinnere Gratis und Stadte laut immer ewig zum Laden als für die und für die Beutragung von Edith hat sich am 1 die uns ist gegenseitig Arne war gut gemacht es liebt Slipper die gehen in die Slippers anderer Frauen Beißerchen die sind einfach nice Beißerchen Was ist das für ein Name? Beißerchen Beißerchen die haben nicht mal Zähne Switch heißt doch englisch wixen Du sei 16 Tomp Irgendwie billig Chomps you are auch aber nur als wo du meinst gehört oder SC nee es kommt ja es gehört aber die nenne ich immer Switch das ist doch der Endboss von ne ein Bosch von Doppelkampi 3 nicht ja weiß ich nicht aber Switch heißt das fixen sondern ähm das heißt spritzt aber man kann als 2 den der ist mächtig meistern die der eigentliche heißt halt Prozent spritzt aber man kann zweiter die denken ab spritzen Bienen Queen wo die Wahrheit sich die war dass sie von der Hälfte immer wenn man so aggressiv ich habe die vorliegenden auch aggressiv aber die anderen als Singer aber der ist einfach nur Biene ich denke gegen sie immer schwul du musst 1 King singen heißen Meister Nicky Senior 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 der Vater der uralte Vater und die Hälften kommen jetzt sie kräftig sind hatten wir mit Blüten alter der Dauern noch gleich Dorn gekommen die die Gute selbst ne ne der hat überhaupt nie geholfen die Gäste es wurde Squawks naja der war auch nicht so weil die Gäste ist alles heller Winky der laufen Noten der ist glitschig man kann der ist der Skull der Skull ich wünsche mir auch ein Donkong Country Topic Fließ zurück hoffentlich kommt er dort ja war bei DKC er hat nicht da er hat wieder alles im Hotel ist kann ich mich ja aufs Ohr hauen er sagt es du Pauler Offen wieso 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 als für solche Abenteuer wir waren beide große Klasse Jungs ja echt abgefahren morgen diese Luft die Kunde die 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 ganz recht mir reicht es seit wir gehen als sollte die 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 wir werden uns wiedersehen die wohl und verschwiegen die Trinken jetzt wird ich komme wieder der Stunde er ist doch gekommen kann die Töte wenn ihr vertrunken also ich glaube ich kann nicht verschwimmen eine Teilhöhung nach den ersten drei Teilen schon das nennt ihr ein Ende scheint als müsste ein billiges Stunt dafür halten die Geschichte für sich wohl einzuleiten die Pussis eine Bescheid Meldung das ist jetzt ich finde auch gut dass bei der Autopie des Friesen die Eislevel im Wasserlevel zurückkommen die Gäste also schneller als Lassel ich will er und Prozent ich hoffe auch das Schrammied zurückkommt Prozent die Jahre schon aber ich meine als könnte sein dass er nicht mehr vorkommen bei dem Tränen er weiß es ist cool dass Dixi kommen wieder da ist und um auf jeden Fall aber im Trailer haben sie eine Lieblingskammer im Trailer haben die auch gesagt es gibt noch einen weiteren Kini Korn Fragezeichen die Korn eine EM die hat sich einen der bei DkC 3 war ich weiß nicht wie da ist andere da nicht die der Stil von Teil 3 der Städigung ja weil äh 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 ähm also im Trailer haben sie so gesagt war ja bei Nintendo der Weckern so im Hintergrund auf Japanisch gesagt die Dixi Kong aber nicht da der Einzige es gibt neben Dixi Kong noch einen weiteren Rückkehr oder neuen Korn es zu gehen so gern auf Japanisch deswegen wird hat spekuliert dass es eventuell die die Korn ist weil der halt auch weiter kommen kann Kiefer oder es wäre cool wenn man irgendwie Tranky Korn und die Räden zu theoretisch können es auch Zahnke oder Zahnke oder wie doch immer heißt von Prozent der Test ist ja oder denn das eine äh wenn er denkt Lenski oder Teilnehmer oder oder wenn die Fanky Prenkie mit allein alt wäre wahrscheinlich dass die ich werde kann man bei Teil 3 auch wenn ich gehört dass auch die die wollen irgendwas das alles zusammen machen das ist Schrocks er sollte aber auch eine bessere Rolle aber er haben als eben die Türen zählt werden und den gemacht Puzzleteile aber besser als Teil 1 wo nur ein einziges Mal vorkommen er kann überhaupt gar nicht vor was soll ich doch in ein Level kann er haben war wichtig unnötig das Level war wichtig man hat zu hören ohne Licht und trotzdem Modell den Köln zerwähnt die Romia Motum zu tun ich liebe diese Kredits gelösten was hier nach Prozent hast du so viele Boni geholt ich habe alle Bonis Gold 1 Prozent gespielt das muss er noch die Fotos machen deswegen so in die Fotos haben so viel Prozent ich habe schon viele deswegen braucht ihr nicht da ich will jetzt starten als war noch ein paar ja ich will ich will noch nur zu bekennen so start er hat natürlich das mit 84 gehen in der erste Welt nein 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 hör auf mich du Fetzer geh hier nach oben man der hört nie auf mich er hat was ist nein das war das nee es war doch das erste habe ich überhaupt das Foto hier genommen gab es überhaupt ein Foto ich will mal hier schauen hier gab es ja nur ein Leben aber ich weiß nicht ob oder was willst du du fett oder what the fuck was machst du hier du fettes Balros war er beim ersten Mal auch schon da oder nicht nein war er nicht nein was will der Mann ich will noch mal rein ich will jetzt schauen ob er noch mal gekommen ist das war irgendwie verdammt lehnt okay geil ich hab' ein Foto gefunden yeah so durch Zufall ey was ich gefragt ist voll das kranke Verstecken die wie viele fehlen dir weiß ich nicht okay ich bin mit Kontrollern ja von keine Ahnung von vor ich bin mit zu pläsen zwei Kontrollen nein ich will nicht in den neuen DT DT kann ich hier raus der DT also ich wollte erhoben ich wollte mal schauen ob ich noch ein Foto aber jetzt wird er wieder bekommen DT nein ich will auch genau genau du fettes Wazen das eigentliche Nählchen sechs Nachholen ich weiß aber trotzdem fett wie gut es war der andere Antirizinozler und unter Russland haben Läußerte kann welche hoch springen du musst ich weil nicht Ok, wir haben aber das Foto hier gefunden. Gib den jeden Level ein? Ja, ich müsste so sein. Es gibt, glaube ich, 52 Fotos. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die genau sind. Oh, wow, wow, wow. Machen wir nicht auf ihren Harden-Doo. Möchte gern. Ey. Es ist zufällig auch ein Foto. Heißt das, wo man was macht? Kröte hier. Kann ich dich umbringen? Ich muss eh in diese rein. Warum? Weil da sind auch Fotos. Echt? Ja, aber ich weiß nicht wo. Es ist hier unten zufällig. Foto, gib mir ein Foto. Schatzi, schenk mir ein Foto. Alter, ich glaube, das ist eh irgendwo versteckt. Schatzi, schenk mir ein Foto. Worte jetzt muss ich immer zurückgeben. Worte jetzt muss ich immer zurückgeben. Ist Rami das einfach nur, wo es einfach männlich ist. Rampi ist Rambi ist cool. Aber ein Teil 3 wurde ausrangiert durch diesen... Nein, ich schaffte es nicht mehr. Nein, du Mega, wie es ist so fett. in Teil 3 wird durch die Städte wie heißt er Elia ausgerangt sie hat er liebte aber die Ehe ist ein Spensort Akku auf den Rambi Rambi wird weg durch die Städte Rambi verschwindet der Anteil 3 kommt halt äh Elie Elefant das stimmt das ist noch nicht ein einziger der in alle ein vier Teilen vorkommen bisher ist auch Spor auch schon die Kanäle sind auch nur das Foto Sporks kann selbst in vierte Stichwort und eine Einführung der Welt als so etwas es dachte ich jetzt ein Foto und sie über Bananen wenn man das tut ja dies ist voll die Logik geworden weil man sich tot werden Bananzeigen bedeutet ja meistens ein Sieg wird an der Schäden ich weiß nicht ich weiß nicht was sie verändert haben aber es ist auch so wie du sie mit dem Hauptstum ist ein Sieg wird sind die Tod als der Unser Plattform und wenn sein Titel und Kohlfahrt ist soll ich es kann auch sein dass die Gegner ein das ist aber keiner das ist eigentlich auch asozial dann muss man eigentlich jeden Gegner töten das ist ja nicht so schlimm schon aber man könnte sich wenn man halt mal irgendwas vielleicht mit denen greift wo wo war piss dich BAM 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 kann auch hier sein BAM kann auch hier sein BAM kann auch hier sein BAM DKA zu DKA BAM DKA BAM DKA BAM DKA BAM DKA BAM DKA BAM DKA я BAM A BAM 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 Ok Oh, wegen einer blöden, wegen der Statue, Alter So was will ich nicht Boah, ich bin auf ihn drauf gesprungen, Mann, was ist das? Nein! Nein, 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 ich geh da hoch Gibt's hier zufällig den Foto? Nein! No! Mach du es nicht mal! Junge, Junge, Junge Hä? Der war drauf! Der will mich verarschen, Leute Es kann irgendwie sein, dass hier ein Foto ist Der gibt... Ok, das gab ich in Intergrund Oh, ne, wie soll ich denn da rüberkommen? Nein, verpiss ich, verpiss ich vor mir, verpiss ich Komm Wachte denn? Ich warte, mich sehr endlich, sich beruhigt Die, 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 die... Die, 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 die... Die, die, die... Die, 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 die... wirklich so ein kleines es war noch warm suchen was er mit den Winkie so lecktes ganz auch hier sein Winkler Watt und Watt Lenni das ist das Wort abgabend die Städte ich dachte ich will nicht dorthin ruhig gebraucht Alter meils ich dachte ich da ist ein Foto oder so weil ich weiß nicht wie die Leute draußen den dkc machen viele Kranke Städte gab ich muss man sich schon darauf vorbereiten ich weiß nicht dass man auch an die Krippung Stattdorf aber damals was du so in der Welt vorbildungsvolle ich die alles so wünscht schon mal von der Rückkehr und so da alles sind auch keine Eisler eine Fabrik Welt das ist eine Atmosphäre vorliegt sich die Schnee wenn sie nicht zurück was erledigt und zurück Prozent wir haben ja viel besser Teil aus Puzzleteile und Kaul NG gibt auch alles wieder was ich am meisten gefeiert haben Jahrhundert da und ein Ding die in der Zolle entschieden aber auch schon doch besser das ist und kommen die die und Dixie und doch jemand dabei ist weil es war einfach neben das in Teil 1 von alt und von ersten drei Ehe SNS 9 9 nicht betreffend die Dauer wenn wir seit keinem wenn wir von denen das in der ersten drei ist nur in einem einzigen Teil dort kommt es spielbarer Charakter gab es ein von Leben es heißt und kommt aber trotzdem gab es die nur ein Teil 1 Teil 2 gab nur noch die und Dixie in Teil 3 gab es noch die Dixie und die ist wenn ich auch um heißen und heißt an die Ehe das ist auch nicht bei so weit der Entwahl ist ja auch heißt auch so ein war die Wahl ich hatte ein Sohn von Mario viel gehört ja hab ich ja nicht das habe ich schon mal gespielt wollte sie denken es war mit zu kranken viel zu krank die Wäsche die Wäsche aus dem Astrid die Prozess und das erprobt wird geschaffen es ist ein paar Niederzimmer Schiene oder das Prozent Mario hier es ist ein bisschen Super Mario Land und weil auch ein ein Game Boy aber der Kontakte als Super Mario 4 heißt es erst dass es wäre so ein Heck oder so oder so einfach ja so weg von der ersten die Stadte und wusste Foto ich kenne mich überhaupt nicht aus die Bundeskinderung keine Ahnung das Foto muss irgendwie sein oder das Foto ich bin Töte geworden Alter wo ist das Foto? Nein! Ich will da nicht noch rein! ich will die Leben nicht versteht das Foto wenn du wüsste wo das Foto ist Bonus von diesem Typen sind voll behindert okay also ein Wasserlevel Schneelevel also was er nicht so Wasserlevel Schneelevel viele Kongs Prozent gibt es ja ich kann auch einen und die Stadte gewinnen so zufällig die auch gar nicht also mit der Hauptsitzung bis sie und so wird es wie es gibt der Zeit wieder was erländen als die Lebe und anstieg die alte insgesamt Kongs wieder Plus hat noch ein Bänden wo man eine 3 Schwestern soll und die Resilfe haben die auf jeden Fall es ist wo ich schon dabei und ich muss es an meinten ich muss sich Scorps der Kuhl Prozent und gab es wer auch immer ein wenig so schlecht in die Neuigkeit ja ich auch so gut Apropos neue Charaktere wenn ich die Uhr hoch ist und geladen sich selbst ich bin schon ewig aber guter zu kurzem ab das Spiel ist dann schon längst und wurde zu kurzem kündigt dass sich er auch sich er um ihre Mutter eine eigene Fränze heißt also praktisch neue Spielbieter Spielerei machen will es ist aber gut es hat mir ist einfach nur halt was neu ist halt ich auch auch was seitdem ist bekannt es ist auch gut weil es kann eine Kultur kann es immer nur Mario und Zelda haben und Pokémon oder sowas dann muss aber was sie und Donkey Kong und Zelda Yoshi Kirby das muss ja mal was ganz neu ist denn es ist wo man bringt was ist die Schmerz ich habe nicht schon Lust das ist ein Klassiker und ich habe nicht viel er hat es muss nicht nur zu machen sonst kann auch schön ist es auch die Juden zu sein und weil es in der Bundesrepublik das ist die Korte ist um Platz will ich nehmen ein bisher war es muss alles starten sammeln und dann dort reingehen ich muss halt auch noch was neues geben er will ich auch halt gut finden weil es ist ein 40 jähriger wurde selbst der mario gemacht der hat alles gemacht der zelder gemacht gut und gekommen ist gern das hat auch gemacht und dadurch hat auch erfunden aber die im dkc ist zwar von mehr und traurig ist das wer von merktisch auch gekauft wurde aber dann ist das Foto gefunden dann geht es durch die Vermeerung der Klammern doch wie Töns und vorbildungsmisch gekriegt hat mich so gefreut wo wir sind gekommen ist einiges war es wieso kann ich da nicht durch hallo er hat die Milch in er gibt es oft zu sie wird nun einfach mal so durch die Säbete ab hier immer mit den Kult-Faktoren darauf kommen hier müsste irgendwas sein oder am Anfang, ganz mal am Anfang ja, hier, ne Alter, wie soll man da hinkommen? boah what the fuck da hier irgendwo was oh cool also ein Guard würde ich auf jeden Fall in neun, äh Spielwünschen... sollte ich hier ein Foto sein, weil ich brauch den Foto in Returns, was eigentlich gar nicht möglich mit äh, hier unten ist er was ja, kein Foto in Returns war ein Guard ja nicht möglich, weil es kein kein Wasserlevel gab ja, es gab wirklich keine Wasserlevel, es waren die Schade ja, aber äh, hier ist ja ums was Donkey Kong nicht aus, Donkey Kong kann mich auch so die Spielerei ich weiß nicht, wo es ist, sind auch Leute, die beachten ja, was die Fans sagen, weil Nintendo macht's grad zum Gegenteil weil die Spiele werden immer leichter und immer Bullshit dicker das haste ein leichtes Spiel ... das ist nicht zu leicht weil die Leute ich bin über Mario Boss 2 wie ... äh, 3 3 3 3 4 4 1 min die neue Größe Drei ne, den brauch ich nicht, meine Damen, die Nachteile ne, den brauch ich nicht mehr ne, den brauch ich nicht mehr brauche ich nicht mehr das Schöpfe das Foto Gold bei ja dann habe ich schon als erstes wo ich den nicht wohl wollte bei Rambi hast du da schon das Foto? nein der weiß ich nicht ich weiß überhaupt nichts von niemandem wo die Fotos Express habe ich gefunden weil das ist ja weil er hier fliegen kann und da ist es ja auch übersichtlich und hier gab es überhaupt kein Foto oder was also ich hab's schon auch keine Ahnung nein vielleicht irgendwo Croctop... ne Croctopussys kann man gar nicht besiegen Croctopussys weil ich Pushy... ich wollte das gar nicht ich wollte nur schauen ob da ein Foto ist weg ich glaub hier war ein Foto bitte bitte hilf mir lieber Gott lol gib mir die Statue yeah ne ich glaub das Foto hab ich auch schon ich glaube ich glaube ich alle Fotos nur diese Stadt wie gesagt Prozent mit Rostlustzweißen Döl die inhaltung gibt doch noch machen er achten ja auch gut sehr auf das Feedback von den Fans die sagen ja Tixi Korn ist bis dabei oder was soll er mit dem Spiele mit dem Spiegel ist und es ist alles in der Tat oder zum Beispiel die Musik ist nicht so toll gut zwar ein Kohl ist viele Musik wie nächst haben das soll auch bis ich will einiges jenny mitzahlen und sovon ich möchte haben ich habe die Grenzen zu kommen ich weiß nicht ich habe die ganze Zeit ich habe die Gäste muss ich sollte auf jeden Fall kommen vorher ist das ist ein bisschen er muss das Foto machen m wo ist das Foto aber in Richtung haben soll ja schon viele die ja wenigstens und dann noch auch von der Fabrik und eine der auch als Geist ist auch schon allgemein zu die Hauptmenü Hauptmenü muss sich das auch schon erledigt also wo ist das Brot vom Ort ja ich glaube die wollen nicht am Arsch schafft Arsch keine Ahnung wo wir hier in dem Foto sein sollen ich habe jetzt schon 23 Leben alter was geht ab? vielleicht hier? lol ich hab mal kurz nicht hingeguckt hier war ja was nein, 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 nein Boat und Negatyp was konnte man sich doch für WeChat uns wünschen Topical Freeze Topical Freeze ähm, Trailer hat man ja die Level gerne nicht wird unbedingt so schwer aus wär als schade wenn nachmitteln was ein schweres Spiel war weiß was geiler wäre wenn man die Spielheitsgrad einsteigt ja irgendwie schon wer für mich irgendwie auch nice geht wer für mich irgendwie auch nice geht da können die Profis schwer spielen und die nicht so gut aber nicht so gut da sie ist das halt dumm ist mein gut es gibt halt viele Leute die halt um denn nicht so gut sind aber und schon so nicht die Pro-Gamer zu lieber was kann auch auch nicht so bedingt Pro-Gamer sein ich bitte auch sagen für die was schweres und dann werden irgendwas was die Pro-Gamer freischalten müssen und das ist dann nächstes ja weil das können die Normalität sind wir nicht schaffen schon aber ich meine äh, äh, jungen ich bin auf dem Ding gegangen benachteiligen die ja auch die äh, kurz vor dem deswegen ich sollte es halt eher so machen das halt ja, einen Hardcore-Modus gibt und normalen Modus ich will nicht speichern nein 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 ich muss ja nicht unbedingt für Pro-Gamer sein ich muss ja auch nicht als Pro-Gamer aber ein Foto bekommen ich bin bisher auch nicht als Pro-Gamer so bezeichnet das beteiligt die Ballen ich will ja spielen ja, was ich bin jetzt noch klingt der Team Bild ja ja wo ist das Foto hier nicht auch nicht auch nicht auch hier und einer der zwei Fotos gefunden glaube ich 1 so die sind voll aus wie so Beugt und zu Gangstern so 1 also wir brauchen noch welche ja noch viele sehr viele wir haben in zwei Fotos bekommen so wie Türens habe ich auch 100 4 9 Prozent hat die der Film auf 4 Level der was ewig lang ist bereit gespielt so was haben wir hier ab ich weiß gar nichts mehr das ist halt am Ende mal die Fotos danach sucht 3 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 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 er hat sie gebraucht das war ja nicht in den Fotos bei Knotty mehr kräftig besucht demnächst der Werner auf demnächst der Becker ganz nach links da gibt es da überhaupt alles auch so erlängt wenn die ganze Tag links läuft sie dann läuft der Platz als zu gewandt ihr reingeht das ist das Foto so die die links lauf weil der leute er die ganze gegen die wand und läuft es weiter sieht es halt so aus mit die die kong also Doktor mit den Füßen in die Fresse treten wenn ich die aus welches Foto haben wir Hallo Alter ok nice so machen wir die Seite schon mal den nicht so warte mal war wir hier drin ja ne ne hier hier sind wir jetzt ok die keine Ahnung ist es was ich bin i die zertreten die Besitzung der Besitzung der Besitzung gar nichts ich kann mich auch nicht um wenn du kommst du drei gab es gibt auch schon gruselige Spinnenposten weiterentwickelt sich zwei gab es aber klar ja ja er ist der Nummer spielte das spielte 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 obwohl ich bin ja bei sie sind sie sie da es wird möglich sein wie komisch bei der spielte ist komisch bei der spielte aber das ist irgendwie süß aus mit den spielten so viele Jahre nicht spielte spielte der Kuh ist auf jeden Fall spielte mit dem zuvor was willst du vor mit dem spielte würde ich mir auch wieder wünschen spielte spielte auf jeden spielte in dem spielte wesen teilweise am besten einschätzen einschätzen 1 2 oder 3 oder mit uns wer 3 spielte und sein alle waren es nicht und die fernse ist mein Favorit und ich bin am besten daraus ich habe so viele Kinder DKC 3 aber an ich mag es aber wenigstens oder ich meine ich alle gleich die irgendwie so viel gleich viel gezockt Ohr Na du bist der die Neuer was hältst du eigentlich von der Schlange Brust DKC 2 muss ich von der Hälfte nichts wobei er der Ersatz für Winky glaubt es nur oder wie der Hals Frosch statt das Futter Nürnberg mehr was soll das auch schon auf die Linke tun wo ich glaube der Praxis er nicht so viele Paz mit Fotos machen ja wir kommen 40 Minuten wir kommen 40 Minuten ich hätte schon mal das davon machen 5 und 3 35 auf der Aufnahme sind das heißt den Bescherzen meines der Paar für mit 30 Minuten die Züge wird hat sie ja schon zwei Stunden geht was macht es ist zufällig das stimmte 1 0 wo ich einfach auf den Boden springen musste was will er was für den Internetleitung hast du noch macht das ist egal wie viel lang es macht so wie so gehen die Dateien nicht so hoch die zu wenigstens also groß zum großen Teil macht okay wir kosten den Durchschnitt ich weiß es nicht so genau durchschnitt die die Kräste richtig groß weil sie sie an den Tänken die 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 drei die Leute sehen die gar nicht die die GbR ist noch nicht wenn das nur die Videos oder lebt was was stand da also ich hab die Bonus nicht weiß nicht aber da bin ich so ausgelassen mann die Fiktion Level du scheiß Level war du scheiße wo kommt es durch wo ich will ich doch umbringen war ich will nur schauen alle politischen Zeiten alle Fotos hat ja Mühlstein die Fotos habe ich von wo ich das gar nicht okay die Süßigkeiten toll ich bin aber wenn es ist so eine Welt als Süßigkeiten auf Reierfeier okay weiß ich gar nicht ob man hier zu sagen das heißt überhaupt kommen genau das gibt es größte auf jeden Fall die sich ja das geht es gibt es größter sein und die mit Resttreib der Warnscher ich sollte eigentlich man die Kuhn heißen nahe Lohr Wurte vor du kleiner Park Wurte vor aber er gibt auch Sinn wenn sie eigentlich man die Kuhn heißt wird werden nimmt wenn es schon Prozent von Affen Eseln das ist so lustig das ist ein wenigstens so wie ich weiß weil ich weiß ja es ist ein wenigstens dass er wenigstens eher so bei Gorky aus Kili Milie wie kommt es da denn so ist ein paar weil ich verspächt was habe ich immer so gebrannt wird aus der Gegend also Riesenbausen die Krisen-Domkong habe ich gesagt äh King Kong gegen Godzilla ich habe einfach nur gesagt Fett gegen Fett Fett, 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 Fett das hier gab es so ein Bonus, wenn man so schnell sein muss stimmt ich glaub gar nicht, ob das hier gut ist ich weiß nicht weil, äh, äh, in irgendeinem Level muss man einfach einfach mal ganz schnell sein ich kann es locker durch ich kann es locker durch es gibt es ist durch zu wollen ich so werde es vor ich glaube ich hier oben irgendwas machen kann ich aber nicht ich darf wo ich wieder hoch ich habe die ganzen nutzlosen Gegner die man auf die die halt praktisch nicht tun die man es tut kann die gab es in der es ist nicht also diese Spinnen auf dem Boden oder so das alles design das gab es auch nicht so scheiß Vögel denn verschiedene Farben beim Gegner sagt er ist auch nicht, oder? ne die mehrere Versionen von Farben das fand ich auch schon Bordung, nigga das ist zufällig nein, das Spornos hab ich ja schon gemacht natürlich ich glaub es könnte gar nichts mehr kommen oh, das war krank ich glaub das hab ich schon aber gleich zwei Wörter die bei Spielen äh äh wichtig sind sind Wörter mit einer anderen ja keine Ahnung äh mehrzahl also würde man ja bei Bonus oder bei Modus sagen äh Bonusse oder Bonusse aber es heißt eigentlich Modi Modi und Boni ja ja und die Komopi hast du die Tönsens auch durchgespielt oder? noch nicht ok ich hab auf jeden Fall gehofft ich hab auf jeden Fall gehofft bleibspiel ok etwas bleibt habe es so angezogen ein bisschen aber sonst hab ich nichts gemacht ok ok der Stelle kenne ich mich auch nicht ok der Stelle kenne ich mich auch nicht das ist also eine die VKs aber du nimmst nicht auf weil es äh legt es macht keinen Bock ok ich bin dann ein PC oder ne 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 weil es dann glaubt schon ok ok hier hast du so eine eva media hast du eine eva media tv karte oder rr hat aufgehalten wenn sie zufrieden das ist jetzt ja da haben sie seit japan geschrottet oder so Brunnen so wie die Juli Jürgen der Jürgen die auch Teilfahrt ist der hdp vor Ort auf den Tabard schon mit Oberkarte gab der total gelegt die müssen nicht haben ein bisschen wenn es hdp vor er nennt sein Prozent 240 pvr Köln 2 Prozent 9 ich glaube so dass ich auch schon okay wenn man nicht durchsteigt ist es für den Band irgendwie so ein Ziel und die die Führung ist deswegen treuert es sich gehen also ich auch schon Munchen Munchen K Schulz bei jemals hier ein da ich will die Beobachtung voll muss ich nicht wollen muss ich geschlagen werden weil es kein Schulz gesagt hat um um und er hat also zufällig Prozent nicht die GbA-Person nie gespielt in der SNB-Saison und die Komplett nur erste Weltklaube ist es ist es ist durchgesuchte aber wir wissen gb aber ich habe es auch null ahnung und von sns erstwelt jetzt habe ich alles auch von boni ich will ich will den ich will den hallo ich will dich ich will dich ich will das das dachte ich gerade auch doch da rein sein ja büsche sie könnte da nicht durch kolambo ich bin immer noch aufsuche hier ist er noch okay gott bei den ich bin 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 ich habe ich habe ich glaube es gab das ist begonnen hat das nicht in dem das wir uns bei gar keinen der besten für die bürger ich bin ich bin nur bei der restlichen level bei den fischern das ist uncool wir haben keine Anbüdie sind ey das ist ja das ich bei jedem so ein äh äh okay bin ich mir hundertprozent sicher ich weiß nicht warum der Nigger das nicht macht Pfff Nigger Keine Ahnung ich denke es immer an einen ganz gewissen YouTubern ja äh wieso bin ich hier äh jo genau ui uncool ihr seid Fetterei Fett wo ist das Foto überhaupt aber alte wie schnell die Bilder übertragen für meine 2k Baumleitung muss ja ne die Baumausleitung mhm mhm also ich könnte mir auch so vorstellen dass es so richtig asozial ist zum Beispiel den Muschel da umbringen ja voll so wirklich unfair das äh das ist das das war ja doch bei Quanky 1 sein hallo ich will zu Quanky oh halt die Schnauze hey was geht ab Digga ich will schlecht man du hast du die Fotos ich äh der gibt mir ja nichts du du letztes habe ich von Quanky 1 bekommen neue Foto ähm ähm da ist völlig hoch ne komm genau hier ist mir ja kann ich aber da ist ein Schwules dran was war auch ein Einzelteil Betrug ist es wir bezahlen von unsere 2k leitungen 30 Euro wie viel bezahlt für deine 100k leitungen 15 oder 10 da liegt hat Kabel Deutschland ne ja das stimmt aber es ist nicht komplett 100k sondern mit Kabel oder so mit Kabel mic ne ich weiß nicht also das ist eher so 88 oder allein also allein ich weiß nicht was ist mit Kabel kein C ich weiß nicht wenn du Prozent und wie viele damit wie er ungefähr 80 K oder er Reichter Jogh 3 30 fachs mehr jungen keine Ahnung von den Fotos ich glaube ich mache sein die zufällig die die Schuss was geben Prozent Prozent die Kälte das Fassi das in den Jungs Klo das Fassi also auf einer heutigen Tanz das Fassi das ist ein Jungs Klo kann er mir vorstellen wie die irgendwie schaffen das geht ist noch ein Foto bekommen ich kann es nicht das ist alles ist fast also auch so wie so ein Jungs Klo Prozent Prozent bis zu den Führungsdienst Prozent Produs das ist jetzt 15 Prozent 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 1 20 Prozent der von wie viel Prozent ich weiß nicht was am besten immer ein Livestream pro Prozent wenn man so eine fünf Stunden die Session wurde immer zusammen fünf Puzzles hat und fünf Fotos schafft na hier rein dann ging die Part gegen die Parts von äh Donkey Kong Country vorher vorher durchschnittlich wie bei den Nessens er hat die Bewerber bei GBA weil der Part gibt er jetzt schon 50 Minuten durchschnittlich wie die gehen Künstler es geht so 50 Minuten er ist auch in Foto ab den Tiefen King Kaira wohl bei Kiki mit King und mit den Minuten von mit mit Tom ich dachte da ist ein Foto und der Kikau ist nur den Weg Peck Ruhe als ich in den Gutschein Prozent der Böse und der Weg in den Weg das ist der Kind die Wurde begraben das ganze Land das ganze Fleisch für den Mecklenki das ganze Fleisch wird von KB die Welt ist ohne einleitend freundlich weil es gab es abklappt aber wenn es so hat sie als in diesem Jahr aber sie bieten in der ersten in den Singern so was wird so ich weiß es schon nicht will ich dachte, da ist vielleicht noch ein Pfund ja, wie asozial kommst du rein? ich will dann nochmal rein willkommen zum Bonus Alter, wie asozial ist der Bonus? das kann dann nochmal rein, oder? ich glaube, da kann man nochmal rein Alter, ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwie mit einem Glitch ein Foto bekommt wie ich es mir langsam schon die Entwickler vorstellen und war ja irgendwo noch so was genau hinter gibt es einen Glitch sehen was nein ich wollte dann nach hinten kennst du den perversen Donkey Kong Donkey Kong Glitch nicht, perversen, perversen da gibt es schon Glitch ist sie da so aus äh, als äh, nur irgendwas klappt mit Rambi in Ziel geht oder so oder so, als ähnliches wird dann hinter 2, 3, hinter Donkey Kong auf, Donkey Kong in satten Rambi Spucht das gleiche gibt es dann mit, äh, äh äh, Dixi Kong in Teil 2 auch da ist dann ein Ziel aber ich glaube, ich finde die keine mehr bei ihm im Ziel der Dixi Kong und da oben drauf sitzt der Nummer Dixi Kong die grad Gitarre spielt ja ich glaube, der Part ist auch genug, glaub ich halte, das ist zwar mindestens 50 Minuten mindestens eine Stunde warte mal Level-Statistik können wir das irgendwie schauen ne Stunde ist ein warte mal, das können wir schauen was, nein was, nein was, nein was, ja, nein was, ja, nein nein was, warum, nein was, nein 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 was, nein ich glaube, das ist ein knappes Foto ja weil es wie es aussieht nein ja, den Limbo nein gerade Kaus nein Kanonen Canyon nein so, aber der Part geht also drei, vier, fünf, sechs, sieben acht, neun, zehn elf, zwölf ah, ich habe mich verzehlt drei vier zehn 10 16 20 24 das sind viel zu viel kann nicht sein wenn es aussieht okay der Partikel bis jetzt noch nicht die Stunde über die Köln noch nicht bei der Stunde wenn wir mich das zumindest an so kaum die habe ich nicht überall so 1 und wenn ich für die 100 Prozent oder was ich glaube nicht nur bei nur bei returns die Köln gebringt ja nur ab zumindest war es bei der SNS-Version nicht nur bei returns hat zwar war es für die 100 Prozent nötig weil der alles hat man ja mal die Kahl-Level freigeschaltet die es auch auch total waren die war für die 100 Prozent die Städte hat es ja was mit dem Kahl-Level wer weiß wer weiß aber egal ich werde das sieht das sieht so geil aus du bist du so alle alle Bonus sind alle Boni 1 und dann tschau Leute bis zum nächsten Part meine Freunde tschau digga bist du so Untertitelung des ZDF für funk, 2017